Wer zum Fick, ich frage euch ernst, isst Nutella mit Butter? Wer isst Nutella mit Butter? Niemand, nie, also, nein, ihr verarscht mich, Chat. Eins, wer Nutella mit Butter isst. Kein Mensch auf dieser Erde isst Nutella mit Butter. Ihr seid krank und ich will euch gerade in Wasser reintunken, ihr kranken Psychos. Nutella mit Erdnussbutter, löscht dich raus. Der hat gerade reingeschrieben, cringe, wer ohne Butter isst, Digga. Drei, wer Nutella wie ein normaler Mensch ohne Butter isst. Alter, ist das krank. Ihr seid so krank, Chat. Wow, ja, ja, okay, okay. Ich würde trotzdem sagen, die große Mehrheit ist Nutella wie ein normaler Mensch. Also wirklich, an jeden, der Nutella mit Butter isst, wer hat euch gefickt? Wählt euch jetzt vor den Spiegel, Digga. Fragt euch, guckt euch tief in die Augen und fragt dich selbst, wer hat mich gefickt? Kommt ihr auf so einen Scheiß? Wer bringt euch sowas bei? Deine Mutter, der war drüber, Maxi King. Und da gibt es einen Bann, ja. Das brauche ich mir von dir nicht sagen lassen, du Arschloch. Es ist krank, ihr seid krank. Beste mit Butter. Okay, dann lasst uns das Thema abhaken, Teller mit Butter. Scheiß drauf, scheiß drauf. Okay, wer von euch isst Marmelade ohne Butter? Eins, wer Marmelade ohne Butter isst. Oh, ach du, ach grüne Neune. Ihr seid, ihr widert mich an. Ihr widert mich an. Eins, wer Marmelade wie ein normaler Mensch mit Butter isst. Wie kann man Marmelade ohne Butter essen? Ja, und das ist das einzig Richtige, das einzig Wahre. Ihr Kranken. Ihr seid doch krank. Sind das die gleichen, also, warte, ich hab ne These, Chat. Leute, die Marmelade ohne Butter essen, sind die gleichen, die Nutella mit Butter essen. Richtig? Vier, wenn du so einer bist? Ei, 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 ei. Ei, abgefuckte, kranke, scheiß Gesellschaft, Chat. Wow. Wow, wow, wow.